Hi Leute, was ist der ApiSmile, euer RIPLUFY und ja Leute, like doch nicht und lasst die Glocke dann und kein Video mal verpasst. Und ja Leute, ich bin einfach gerade kurz vor den Kaufland gekommen und ja, ich hab einen 5€-Pub geholt und ihr wisst, was ich gekaufe, den Brawl Pass, denn ich hab sonder Rabatt. Und ja Leute, like doch nicht und lasst die Glocke dann, damit ihr kein Video mal verpasst. Und ja, ähm, ich hab's in den Code eingelöst, schaut gerne mal in meinem RIPLUFY Robox-Kanal vorbei und fangt direkt ein. Also, ich hab sonder Rabatt, 3,50€ und dann hab ich auf einmal noch einen Rabatt gekriegt, also kostet das jetzt einfach so, keine Ahnung warum, 2,50€. Und ja Leute, braw. Du hilfst mir. Ich hab's in den RIPLUFY Robox-Kanal. Ich hab's in den RIPLUFY Robox-Kanal. Okay, hier ist es wirklich, Leute. Die Sonder Rabatt. Vielleicht muss ich wieder stoppen, falls du einen E-Mail... Äh, was? Wollen wir? Aktualisiert. Oh! Okay Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn es fertig aktualisiert ist. Tschau. Bis gleich. Jetzt geht's, Leute. Hier ist es wunderbar. Was? Los und gillen! Mein erstes Mal, aber es ist auch... Und Leute, wieso das gleich wieder? Weil mein E-Mail wird wieder auftauchen. Los werden! Okay Leute! Okay Leute! Let's go! Judo kommt! Er ist richtig! Let's go! Wo war denn die Kante? Wir haben die Kante hier und so! Ach was? Das kann die und so! Okay Leute! Komm hier an! Komm hier an! Ja, das ist nicht so, aber ich muss erst mal schnell zurückzukommen! Okay, ich war mal an Leute! Okay! Ja! Bitte! Für erstes Mal, Leute! Ja, ich hab wieder... Also... Also... Oh! Das ist mein Lieblings-E-Mail! Okay! Alter! Könnt ihr das? Komm hier bitte! Ich hab schon den Mädchen getrunken! Oh ja! Ich kann dir wirklich die Fattestaktion machen! Ich kann dir wirklich die Fattestaktion! Ich kann dir wirklich die Fattestaktion! Abwürfeandol! Ich kann dir eben auch zehn spüren! Abwürfeandol! Ich kann dir auch mal ein paar Stück auf die Fattestaktion! Let's go! Okay, los geht! Ja! Ich bin gut! Ich bin gut! Oh! Ich hab wusste! Ach so! Oh, wie geil! Let's go! Let's go, Leute! Ja! 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 Nein! 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 3. Snake Oil Extract Oh! Schleifern! Nein! 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 Ja! Okay, lasst du! Okay, fangen wir an! Geh erstmal auf einen Roller und guck! Rudi, hol den nicht! Nein, 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 der lobt sich nicht! Das ist der Fall! Abglädigst du den komplett erstmal! Mixer! Nein! Let's go! Let's go! Double B! Double B! Der kommt, der kommt, der kommt! Okay, Jaxina kommt auch mal hin. Wenn Jaxina da ist, da und ich glaube wir auch ein Video machen, wo sie klar sieht, das spielt! Okay, warte! Okay, warte! Okay, warte! Okay, warte! Okay, warte! Ja so! Du weißt, warte! Ist der geil? Ja! 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 Turn it to Max! Nein! 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 Warte! 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 mathematical! Aha! Warte! Warte! ein.... Yes! Fakat! Warte! Herr Luc istestab Singpullen! Einmal, einmal einmal testen. So much heat. Für eine Runde. Okay, let's go. Okay. Okay, let's go. Let's go. Okay. Wir sind nicht zu weit. Wir sind nicht zu weit. Okay. We're still on fire over here. Wir sind nicht zu weit. Wir sind alle, wir sind zu weit. Wir sind nicht zu weit. Wir sind nicht zu weit. Wow, so much heat! Wow, so much heat! Wow, so much heat! Ja! ... fünf... ... fünf... ... fünf... ... fünf... ... nur wie ein... ... neige Wissen, Gott lobt mich nicht. ... als erste Zeit... ... schrecklich, zu fangen, ... neid doch er in der Flamme an dasselbe Dominik. ...nöch Alexa... ... dazu wieder zu beginnen, Das war ein leichter Mädchen nach der Woche da, da haben sie keine Rüge zu machen. So kann ich meinen größten Hausaufskanaal vorbei. Okay, lasst jetzt.